Wir haben eine kleine Gruppe ausgeschickt. Wir konnten dafür noch zwei Sätze auf Portugiesisch gesucht. Also, dass wir das Vierstall erwähnen, das ist Vierstall. Und der Satz eben, wir sind von der katholischen Kirche. Und wir wollten nicht freuen, ob wir das Wunschkiefkind haben, bis sie das erste Kind gehen. Ja, mit dem Satz bewaffnet an einem Fleur, sind wir dann unter der Klappe gegangen. Und das war eine ganz besondere Erfahrung, weil die Leute hier nicht viel tun. Das ist so gut gegangen. Wir haben gefroht, ja, können wir das Wunschkiefkind haben, bis sie das erste gehen. Und sie haben gehen, sie haben ein paar Knudeln gehen, ein Kilo Reis, ein Kilo Bohnen. Und da gab es auch ganz spezielle Situationen, die ich auch so sehr nicht werde vergessen. Wie zum Beispiel, dann haben wir eine Idee geklappt und wir haben gefroht, ja, können wir das Wunschkiefkind haben? Und die Frau hat Gesichter, Gesichter und sie hat gesagt, das tut mir leid, das ist schon leicht. Und wir haben gesagt, das ist nicht schlimm, wir haben hier den Fleur gehen und wir sind weitergegangen. Aber es ist ein Witz, wir sind durch die selbe Straße gegangen. Und dann kamen sie, sie haben in Ruhe gelaufen. Und man denkt, das tut. Und man hat gesagt, ja, ich bin nach der, ich habe auch Kaffee gegangen. Und dann ist er im Gang. Wir sind dann eine Stunde Klappe gegangen, von Haus zu Haus. Und wir sind so viele Ersten zusammengekommen. Das ist wirklich, das geht eigentlich mit Hoffnung und Menschheit. Und das Erste, das geht um den Leuten, die es noch nicht schlecht geht. Der Padre Rudolf wird wissen, wo genau das ist. Das wird mir schon lange begleiten, die Erfahrung. Das war wirklich etwas ganz Besonderes. Wir sind hier auf der GMG. Ganz einfach, weil wir uns gedacht haben, dass wir mal eine neue Erfahrung machen könnten. Und wir wollten aber das Ganze mit auch Scouts-Aktivitäten verbannen. Und wir sind eigentlich, ja, praktisch seit zwei Jahren gegangen, ein bisschen darüber zu reden. Und wir haben gesagt, wir gehen von hier, dann wollen wir ein soziales Projekt lancieren. Ich habe dir noch einen anderen Grund gesagt, dass das Paar-Sekretariat, das wir am Gangen sind, um zu streichen. Das sind aber auch alles nicht nur, kein Rapier, für Großbrus. Aber da ist es da in der Zwischenzeit eine ganze Partie von Jugendlichen, von außerhalb praktisch, wir sind ja gut verstanden, auch geschlossen, die mit größter Begeisterung auch helfen. Dann hilft, wenn wir ein anderes Projekt lanciert. Und zwar wollen wir, wenn wir wirklich immens, immens rundlose Job machen, wir sind ein Kato-Analozen, der auch bleibt. Und dann sind wir da hingegangen, wo wir in eine Weiß-Leute-Skolle, wo wir die Flöte-Liste droppen wollen. Praktisch jeder Rehen einzeln, also am Gangen Freundschaftsbänderchen an den jeweiligen Farben zu machen. Die gehen hier nur alle Gute, ob das Lültisch droppgebitzt, so dass Leute dann auf Händel und von den Lütze-Beihergiener scouten, denen das Freundschaftsbänderchen besteht. Das ist die Fransch. Das ist die Fransch. Das ist die Fransch. Das ist die Fransch. Skrrt Sieg? Untertitelung des ZDF, 2020